Die rasende Rakete Wahnsinn! Ja! Hi Leute, mein Name ist Blaze. Und ich bin AJ. Seht euch das an. Wir sind auf einem Rummel, wo es viele Spiele gibt. Ja, und wer ein Spiel gewinnt, kriegt einen Preis. Passt auf, ich möchte einen Preis bei dem Bananenspiel gewinnen. Ja! Ein perfekter Wurf. Ich gratuliere dir, Blaze. Hier hast du deinen Preis. Ja, eine goldgelbe Stoffbanane. Uh, ich versuch das Spiel hier mal. Man gewinnt, wenn man alle zehn Flaschen umgeworfen hat. Aber man hat nur zwei Würfe. Und schon geht's los. Ja, was sagt ihr? Ich hab vier Flaschen geschafft beim ersten Mal. Zählt mit, wie viele noch übrig sind. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Du schaffst das, AJ. Einen Wurfversuch hast du ja noch. Juhu! Klasse! Gewonnen! Wow, was für ein Wurf. Du hast auch einen Preis gewonnen. Hey Blaze, jetzt haben wir beide einen Preis. Seht doch mal. Sieht aus, als würden zwei Freunde von uns das Raketenspiel spielen. Pass auf, diesmal schaffe ich es sicher. Ja, Stripes. Oh, wieder nicht geschafft. Hey Freunde, klappt was nicht? Zack und Stripes versuchen, aber Zack und Stripes kriegen Alien nie ganz rauf. Seht mal, wir sollen den Alien bis ganz nach oben zu der Rakete schlagen. Aber das ist so hoch. Oh, nix gewonnen. Das tut mir leid. Dubidubidu, Dubidubidu. Oh, hallo alle zusammen. Hey, sieh mal Crusher, da sind ja die anderen. Ja, hallo. Oder so. Hey Picki, willst du mal das Raketenspiel probieren? Na klar, vielleicht gewinne ich ja dieses Spiel, kann ja sein. Du gewinnst das Raketenspiel? Gar nicht möglich, Picki. Zu schwer für so einen kleinen Truck wie dich. Och. Ich glaube, du schaffst das, Picki. Meinst du? Na, okay. Ich könnte es wenigstens mal versuchen. Hau rauf, Picki. Picki, hau. Okay, ich hau rauf. Ich, äh, ich wusste nicht, dass dieser Hammer so schwer ist. Oh, oh. Picki hat's geschafft. Hat's was? Gewonnen. Großartig. Kann das denn sein? Ich hab gewonnen. Juhu. Ein Hurra auf mich. Gewonnen, gewonnen. Ich gratuliere dir, mein lieber Picki. Bist du bereit, dir deinen Preis auszusuchen? Mein Preis? Hahaha. Und wie ich das bin. Du kannst aus zwei Preisen wählen. Du kannst das richtig große Raumschiff haben. Oh. Oder du entscheidest dich für einen Haufen kleiner Raumschiffe. Oh Mann. Das große Raumschiff ist ziemlich cool, aber ich will die vielen kleinen. Dann kann ich sie unter meinen Freunden verteilen. Hey, Leute. Guckt. Preise für uns alle. So nett, dass du teilst. Danke, Picki. Die Raumschiffe haben am Boden Sprungfedern. Seht her. Man drückt sie runter und dann springen sie hoch in die Luft. Und wie hoch das Ding fliegt. Boing, boing. Sie sind super, Picki. Ja, sie sind wirklich genial zum Spielen. Also ich will keine Mini-Rakete. Ich will die große. Aber das klappt nicht. Es sei denn, ich gewinne so wie Picki gerade. Ich weiß was. Ich schummele ein bisschen. Mit dem Ding gewinne ich das Spiel. Mit meinem Hau drauf, Hammer. Los, Hau drauf, Hammer. Hau drauf, so doll du kannst. Starte das Teil. Okay, gib's zu, war etwas zu hart. Juhu. Jemand hat die Rakete kaputt gemacht. Hier hast du trug. Pass auf, Mann. Oh, Mann. Mann, Crusher, du fliegst ja. Rettet mich, Picki. Keine Sorge, Crusher. Ich krieg dich. Ich fang dich. Ich. Hab dich. Crusher. Rostfleck. Crusher und Picki hängen an der verrückten Rakete. Und sie fliegen mit ihr weg. Oh nein. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Komm schnell, AJ. Wir müssen die beiden retten. Und um sie einzuholen, müssen wir mit Turbospeed fahren. Denn mit Turbospeed werden wir super schnell. Damit ich super schnell fahre, ruft Gib Speed. Gib Speed. Los, komm, wir brechen auf. Ich weiß, wir haben's drauf. Los geht's. Eins, zwei, drei. Gib Speed. Gib Speed. Gib Speed. Glaub ihr, wir haben Spaß. Wuhu. Komm, komm, jetzt gib schon Gas. Ja. Eins, zwei, drei. Gib Speed. Gib Speed. Eins, zwei, drei und vier. Das Pedal gehört jetzt dir. Sieben, acht. Gib Speed. Ich will nicht mehr auf dieser verrückten Rakete sitzen. Hey, sie ist doch positiv. Dank der Rakete können wir über alle diese Geschäfte fliegen. Oh, oh, guck doch. Da ist der Tierladen. Der Tierladen. Und da kommt das Ballettgeschäft. Ballett? Oh, oh, oh. Und das Unterhosengeschäft. Unterhosen? Das ist ja furchtbar. Ich will runter. Ach, keine Sorge, Crusher. Ich bin mir sicher, dass uns jemand rettet. Ich glaube selbst nicht, dass ich das jetzt sage, aber... Blaze! Zum Glück hat Blaze! Yep. Blaze und AJ retten uns ganz sicher. Na ja, außer ihm kommt irgendwas, das ist... Rostfleck! Und weg sind sie. Wir müssen uns beeilen und über die Sachen darüber kommen. Denn sonst holen wir Picky und Crusher nie ein. Einen Moment. Ich sehe hier, was das uns helfen kann. Eine Sprungfeder. Wenn man auf die Feder drauf drückt, gibt man ihr Energie. Und dann, wenn man loslässt, benutzt die Sprungfeder die Energie, um zurückzuschnellen. Wie jetzt. Wow! Drücken wir die Sprungfeder kräftig nach unten, dann lässt sie uns über den Haufen springen. Kommt mit, versuchen wir es. Zeit, wegzufedern! Ja! Sehr gut! Das klappt echt toll! Los geht's, AJ! Vereilung, wir müssen an der Rakete dranbleiben! Das ist eine Party! Oh oh, noch mehr Haufen ausgerümpel! Helft uns, noch eine Sprungfeder zu finden, damit wir über den ersten Haufen kommen! Wo seht ihr eine Sprungfeder? Da ist eine! Ja! Es geht los! Juhu! Hahaha! Super Sprung! Jetzt müssen wir noch über den nächsten Haufen kommen! Schnell! Sucht uns noch eine Sprungfeder! Wo seht ihr eine Sprungfeder? Ja! Ja! Ja, da ist eine! Ja! Ja! Hahaha! Einen Haufen müssen wir noch schaffen! Wo seht ihr eine Sprungfeder? Da oben, ja! Jetzt startet der größte Sprung aller Zeiten! Ja! Ja! Wir haben's geschafft! Da! Da fliegen Crusher und Peggy! Ja! Das ist die Chance, sie einzuholen! AJ, drück auf die Tube! Wir wollen Federn, 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 Federn! Ja! Drückst du ne Feder? Dann ist sie voller Energie! Lässt du sie los? Flickst du so hoch wie noch nie! Sprungfedern sind nützlich! Denn sie speichern Energie in sich! Röck sie einfach ganz klag! Und du springst hoch bis aufs Dach, ja! Federn sind auch Trampolin! Manchmal sieht man sie auch auf Maschine! Röck sie einfach ganz klag! Und du springst hoch bis aufs Dach! Juhu! Oh, ich liebe den Wald! Da gibt's so viel zu sehen! Es gibt hübsche Blumen! Blumen! Und leckere Bären! Bären! Oh, und alle möglichen hübschen Tierarten! Wie die niedlichen kleinen Stinktiere! Stinktiere? Die ich! Ich nicht! Ah! Ah! Crusher! Picky! Wo seid ihr? Ah! Seht mal! Ein Grizzly-Truck! Wir haben Glück! Denn er schläft tief und fest! Das Einzige, was diesen Grizzly jetzt aufwecken könnte, wäre ein wirklich sehr, sehr lautes Geräusch! Ja! Ah! Oh! Uh-oh! Ah! Oh! Oh, oh! Dieser Grizzly-Truck verfolgt uns überall hin! Wir müssen ihn unbedingt irgendwie aufhalten! Da, seht mal! Vielleicht können wir das Stück Holz benutzen! Ja! Gute Idee! Glaubt ihr, dieses Stück Holz wird den Grizzly aufhalten? Na, gleich werden wir das sehen! Es hat nicht geklappt! Der Grizzly ist einfach durchgefahren! Wir müssen es anders versuchen! Wie wäre es denn damit? Dieses Schild ist nämlich aus Metall! Es ist fester als Holz! Da muss der Grizzly sich schon sehr anstrengen, um da durchzukommen! Glaubt ihr, das Metallschild hält den Grizzly auf? Okay, probieren wir es aus! So ein Rost! Der Grizzly hat so fest gegen das Metallschild gedrückt, dass es in der Mitte durchgebrochen ist! Schnell! Wir müssen es mit was anderem versuchen! Hey! Wie wäre es mit der Matratze? In der sind sehr viele Sprungfedern drin! Und je kräftiger man auf eine Sprungfeder drückt, desto kräftiger federt sie zurück! Wenn der Grizzly kräftig gegen die Matratzenfedern drückt, dann federn die ihn vielleicht auch wieder zurück! Glaubt ihr, die Matratze wird den Grizzly zurückfedern? Okay! Warten wir es ab! Da kommt er schon! Na bitte! Es hat funktioniert! Der Grizzly wird uns nicht mehr verfolgen! Los, fahren wir schnell weiter! Wir müssen schließlich eine Rakete fangen! Crusher! Sieh dir doch mal die vielen Wolken an! So viele interessante Formen! Da! Die da! Die sieht aus wie ein Schnurrbart! Was? Und diese Wolke sieht aus wie eine riesige Brille, finde ich, oder? Und die da sieht aus wie ein riesengroßes Hühnchen! Ein Hühnchen! Ich will nicht mehr mit Wolken sein! Ich will wieder runter! Da! Ach, ist schon gut, Crusher! Blaze und AJ werden uns retten! Glaubst du das wirklich? Aber sicher doch! Und wenn wir Glück haben, retten sie uns, bevor wir noch gegen irgendwas krachen wie... Oh! Das! Oh nein! Das ist eine große, stinkende Müllhalde! Blaze, sieh mal! Crusher und Picky sind in großen Schwierigkeiten! Wir müssen uns irgendwie da hochfedern und sie abfangen, bevor sie in diesen stinkenden Müllhaufen krachen! Hey! Ich weiß was! Benutzen wir doch eine Hüpfstange! Eine Hüpfstange hat eine riesige Sprungfeder im Inneren! Und wenn man auf die Feder drückt, schnellt sie zurück und schleudert ein super hoch! Macht mit! Bauen wir aus mir eine riesengroße Hüpfstange! Damit können wir hochschnellen und Crusher und Picky retten! Zuerst brauchen wir die Sprungfeder, damit die Hüpfstange federt! Um sie zu bauen, ruft Sprungfeder! Sprungfeder! Jetzt brauchen wir einen Standfuß! Die Sprungfeder drückt auf den Standfuß und lässt die Hüpfstange hoch in die Luft schnellen! Um den zu bauen, ruft Standfuß! Standfuß! Alles klar! Jetzt bin ich eine Hüpfstangen-Monster-Maschine! Wow! Rostfleck! Wir müssen uns beeilen! Sie kommen der Müllhalde immer näher! Schnell! Steig auf! Yeah! Da ist Blaze als riesengroße Hüpfstange! Wow! Der kann ja gut hüpfen! Beeilt euch! Wir fliegen gleich in die Müllhalde! Um die Rakete einzuholen, müssen wir noch zehnmal hüpfen! Zählt die zehn Hüpfer mit uns! Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Sieben! Acht! Neun! Zehn! Da ist Blaze! Springt rüber! Ja! Ja! Geschafft! Sehr gut gehüpft, Blaze! Sie haben's geschafft, Crusher! Blaze und AJ haben uns gerettet! Ja! Gerettet! Toll! Können wir jetzt bitte runter? Oh, wartet! Mir fällt da gerade was ein! Nein! Jetzt, wo Crusher und ich gerettet sind, können wir ja nochmal auf den Rummel gehen und noch mehr Spiele spielen! Das ist eine super Idee, Picky! Alle Mann festhalten! Jetzt hüpft Blaze blitzschnell wieder zurück! Warte! Hüpfen! Wer hat denn etwas von Hüpfen gesagt? Acht! Oh, ho, ho, ho! Wow! Gewonnen! Ho, ho, ho! Bravo für Sein! Ja! Los, Schlag ein! Wow! Ist das nicht toll, Crusher? Wir alle sind Gewinner! Ach ja? Aber keiner ist ein größerer als ich! Ich gewinn das Spiel doch mitten links! Pass auf! Ganz dicht daneben! Oh! Knapp daneben! Auch vorbei! Oh! Stützchen weiter links! Nein! Und nochmal vorbei! Puh! Also der letzte Ball war echt ganz knapp daneben! Das Spiel schafft doch keiner! Na ja, man kann wohl nicht immer gewinnen! Oh! Wow! Puh! Puh! Puh!